Hallo und herzlich willkommen! Heute spielen wir auf dem Mineplex Server Castle Siege. Wenn ich einen Server finde, oder eigentlich habe ich spielen können? Ah, hier ist es. Wow, wie viele Leute spielen eigentlich einfach? 100 Spiele! Wow, das sind Spiele, das ist zum ersten Mal heute. Oh, glücklich. Ich bin nicht, was bin ich, was bin ich? Ah, ich kann noch den sein. Oder? Ich will den sein. Cannot use A. Ah, das ist wahrscheinlich ein spezieller, den ich nicht einfach nehmen kann. 100 Leute, 30 Sekunden, gleich geht's los. Ich habe auch ein neues Aufnahmeprogramm, endlich! Ich hoffe, die Qualität ist ein bisschen besser. Und nach den Fällen kaufe ich mir ein Mikrofon, dann ist auch noch die Audioqualität besser. Ich werde dir alle froh sein, wenn ich mich nicht mehr mit diesem Scheiß Kupfer erspielen. Und es geht los! 30, 2, 1, los! Oder auch nicht. Bin ich? Im Unto. Ach du heilig. Und hier. Ich kann mir jetzt respawnen. Ich glaube eh keinen respawnen. Ich wurde schon getroffen. Schon wieder. So. Kommt da durch. Oh, ich bin gestorben. Egal. Ach ja. Kann ich das mal kaputt machen? Scheint nicht so. Ah, die, die gestorben sind, werden auch zu Untoten. Das ist interessant. Oh, ich bin schon wieder tot. Ja, ich habe irgendwie mitbekommen, man kann hier so TNT nehmen. Irgendwie. Keine Ahnung wie. Äh, ich werde diese Hunde überleben. Ich kann sie ja überleben, aber die Lebenden dürfen die nicht überleben. Ich muss gleich niesen. Oh Gott, meine Nase. Ich kann nicht mehr spielen. Äh. Ah, die haben sogar Hunde. Oh, tot. Hört wahrscheinlich meine Maus wieder im Hintergrund, weil ich mit eben meinen doofen Proton spiele. Wenn ich mein Mikrofon habe, wird das hoffentlich besser. Hoffentlich. Hör, da schießt jemand ein Pfeil. Ja, wie bekommt man einen Pfeil? Wir sehen hier. Oh, das ist ein Pfeil. Also nicht die Pfeil. Und dann ist der Pfeil. Und dann ist der Pfeil. Das ist das Pfeil. Oh, das ist der Pfeil. Ich bin für alle hier hochgekommen. Oh scheiße. Oh. There's a hole in the wall. There's a hole in the wall. Hole in the wall. Ich hoffe. Was explodiert denn hier die ganze Zeit? Man, das riecht mich auf. Halt die Klappe. Ich würde dich gern drehen. Ach, die werden immer weiter zurückgedrängt. Ich glaube. Oh nein, die, die gestorben sind, werden zu Wölfen. Steh. Oh. Schade. Ob man als irgendwie drei Herzen oder irgendetwas. Auch das mal. Ach, das sind die Bomben, die ticken zu durch. Wenn es zu vielen sind, könnten sie uns nicht alle abschießen. Oh, alle hoch. Die haben mich zwar nicht davon. Oh, oh, was. Bin ich tot. Ein Suizid. Der König hat noch 28. Ja. Oh. Also für uns gut, nicht für das Gängel-Shit-Dem. Ja, wer hat mich? Wie? Wie, Mann? Wie konnte der mich schon die Kurve abschießen? Erklärt mir das! Oh, jetzt zum Wachstum. Auch den Wasserfall. Na. Auch den Wasserfall. Der drüben steht. Wie? Der wurde doch schon lang. Du drehst mich nicht, du drehst mich nicht. Oh, Scheiße. Nein. Oh, ich bin schon so vielmal gestorben. Ist doch unglaublich. Bombe, renn! Ja, du bist tot. Scheiße! Ab! Oh! Diese Hunde! Mach mich ackes! Oh! Ich bin schon mal. Ach, ich bin schon frei. Ich bin schon schon. Aber dann ist das, was ich losge-Meg Kristoff. Ist doch noch so. Du kannst das Empathe mitnehmen. Ich bin schon mal und dann. so schlecht in diesem spiel aber ich habe glaube ich mehr viel 20 ich bin gut ich möchte diesmal die fans team sein ich darf ich bin gut ich möchte mich auch mal jetzt habe ich bogen sie ging das komisch ok also die schwachen punkte wird mit cracked stone bricks angezeigt die marktspielen sind einfach die bogen schützen oder keine ahnung wieso springen hier alle ich habe noch keine lust zum leben er hat jetzt einen neuen anzug er hat jetzt smarties aus seinen kleid wieso ist der überall kann mir das jemand erklären 3.000 und bald sind zum fein zum fein zum fein und das geht lang ich würde sagen ich mache einen cut ich gleich mein kuchenmann spring nicht ein headlock von einem portal Oh, ich bin Genus. Spy von Team Fortress. Und hier sind wir wieder, die Runde startet jetzt dann gleich und vielleicht tötete ich jetzt ganz 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 viele von den Untoten, ach du scheiß Wutpasst, ich sehe nichts, danke, ja, Q, Q, Q. Oh, ich bin so tot, oh, ich bin so tot, oh, ich bin so tot, oh, und wie lange kann ich respawnen? Das ist hier die Farbe, ah, ich bin ein Hund, danke, ich bin ein scheiß Hund, vielen Dank, ich will mal sagen, weil wir ein Hund sind, oh, ich bin gar kein Hund, so nicht, oh, scheiß Kammer, so, ich stehe hier, ich mache nicht mal einen Herzschaden, das sehe ich nicht ab, Konzentration, da, Konzentration, da, Konzentration, da, es hat die, beste, ja, so, konstant, Okay. Ja. Oh, ich dachte, das ist ein Zahn. Oh! Ja! 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 Viel Spaß tausend! Ich bin nervig. Ich bin ein Hohn. Ich war... Ich bin nervig. Die Leiter! Die Leiter! Was sind die Leiter? Oh, die Bombe! Bezweck-Fuss-Prock I-I-I-I-I-I Na-I-I-I Na-I-I-I I-I See, T-S-O Jai Oh, der Fuss-Prock Lass doch den armen Hund in Ruhe, oh. Wenigstens ist unser König noch heil. Noch. Nicht mehr lange, weil da ist zwar hier gerade einer drin. Und wieso war hier einer drin? Weil unsere Abwehr unfähig ist. Schau mal, viele Fluchtbezahn bis hier hoch kommt. Sterbt alle. Und schon bitte tot. Hier. Ah, ich bin ein Gamer. Ich bin alles kaputt. Oder nicht. 5 Minuten haben wir noch Zeit. Ich weiß nicht, macht der Klapp eine scharfe Klappe. Ich glaube ich krieg für einen kurzen Moment krieg ich ein Strongness oder so. Was ist eigentlich ein ganz cooles Spielmodus? Den muss ich mal mit Arthrus und meiner Schwester spielen. Sicher gut. Jetzt zeige ich jetzt zu den Coolen. Weil ich hier oben bin. Oh, kein Tom. Wer ist da drin? Wenn ich hier oben bin. Nein. Hm. Ich habe diesen Mastern. Nix. Okay. No king for you. Hm. Du bist da drin. Wie einfach alle gerade hier sind, wenn ein Zombie in die Nähe kommt. Wie einfach alle auch immer näher kommen. Drei Minuten müssen wir noch durchhalten. Dann ist Tag. Niemand kommt hier durch. Okay. Setz du. Zaunhen. Ich bin der wachende Hund. Schöne. Dort. Alle Hunde. Alle, alle Hunde. Alle Hunde vor der Tür. Tuck, tuck, tuck. Rippt, rippt, rippt. Rippt, rippt, rippt. Rippt, rippt, rippt. Oh mein Mann, das wird man so latt hören, den Grafen an. Ich hoffe es ist zwar nicht, aber... Scheiße. Oh scheiße, oh scheiße, das ist doch... Nein, das ist nicht doch... Nein, nein, nein. Oh Gott. Niemand kommt nicht durch. Oder doch. Lass. Der schon. Seit wann hat ein Hund eine Fäuste? Kann mir das bitte mal jemanden glänzen, das irgendwie... Fukushima... Hunde oder so. Die haben Fäuste, nicht? Die Toten. Das sind irgendwie in Damen hier ausgebildet worden. Machen MMA oder irgendetwas, so ich hab keine Ahnung, was mit Fäusten ist, aber... Wird schon sein. Hopp. Wie brauchen wir hier hinten mehr Hunde? Top. Ich wundere, wie viele... Leute ich schon getötet habe, so wie viele der Zombies. Ja, das hat dir viel genutzt. Du bist echt super voll. Oh, ich bin tot. Yay. Wir sind auch gleich tot. 55 Sekunden! Das halten wir noch durch. 55 Sekunden. Müssen wir durchhalten. 25 Sekunden. so intense dann haben wir gewonnen es gibt doch keine chance dass wir nicht gewinnen oder vielleicht auch nicht wenn alle hunde hier sind die hunde hier an schaut euch das an wir haben gewonnen ja wir haben noch nicht gewonnen anscheinend ja auch wir haben gewonnen cool ja ich würde sagen das war es jetzt für diese folge bringt euch dass ihr zugeschaut habt und mich beim gewinnen gesehen habt endlich mal etwas gut getan ja vielen dank dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten video